FIFA, Fall Guys, 1490. Ich glaube, das wird mich so brechen, Jungs. Guckt euch doch, das ist jemand. Keine Abseits, nie im Leben. Und Rums, schönes Tor, let's go 1-0. Und tschüss, es ist so unfair. Och, der Arme, was noch ein Tor kassiert. Oh oh. Ach, ich wusste, dass er den da hinspielt. Aber war nicht zu verteidigen. Und Abfahrt. Und tschüss. Ja, wenn das kein Tor wird, dann weiß ich mich nicht mehr. Und Rums. Hehe, völlig ausgekontert. Hohoho, geil. Na du, dein Wichstrick, Alter. Ich hol's denn um. Ich kann das nicht verteidigen, diese Kacke, Mann. Boah, geht der mir um den Zeiger. Ruhe, Lionel Messi mit der Brustannahme. Boah, gar nicht gut. Ey, Digga, der ist doch verschwitzt. Du dumm. Was ist das? Ich werde die komplett auseinandergenommen. Messi, Goal. Boots, Digga. Der sich dreht. Elegant. Wie man ihn kennt. Da hin ist er. Ganz hinten. Boots. Deckel drauf. Genau den Mann habe ich gesucht. Feierabend für dich. Geh kacken, Junge. Mach die Kiste aus. Let's go. Let's go, Shit. Wir maschinen jetzt hier durch. Er kann FIFA, das nervt. Warum kriege ich solche Halbgötter hier? Jo, Digga. Probe waren. Aber ich weiß auch, was das ist. Eins, eins. Da rincha. Das ist eine Entscheidung, den Mann in den Sturm zu stellen. Und rein. Let's go. Checkt, wie gut. Zwei Chancen, zweimal genutzt. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Richtige Hütte. Und rein damit. Boah, was ne Klebe von Gareth Bale. Das ist der Gegner. Menschliches Team. Oh nein. Angsttorhüter, Mordi mit Wall hinten drin. Aber machbares Team. Ach, wer kann. Wer kann. Der kann, der kann, der kann. Heißt, der fünf Gegner. Ja! Gernix! Bale! Kein Abseits. Nein! Mann, was soll's Fuß! Ey! Kloppt das Ding nach vorne. Und wieder durch, Garincha. Diesmal mit dem rechten, nicht mit dem linken. Trotzdem nicht drin. Garincha! So, jetzt aber. Bitte. Die Baller. Paolo. Die Baller! Ja! Shit! Taktischer Wechsel! It's fucking go, Jungs! Bruch, 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 Bruch! Warte, die Baller. Frisch auf dem Platz. Frisch auf dem Platz. Paolo! Paolo! Ja! Let's go! Let's go! Nix! Ey, bitte nicht. Ach, ist das dumm, Digga! Meine Fresse! Und da ist Garif Bale. Bale! Ja! Ich lieb dich, mein Junge! Juhu! Mit der Nummer 19! Let's go! Oha! Oha! Boah! Was? Das ist kein faulhaftes Ball! Bitte nicht die rote. Bruder, bitte nicht. Es ist nur die gelbe. Das war so Ball gespielt. Hier schießt so links. Ja! Katze! 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 Komm, Lionel, wenn du Bock hast, dann lass ich dir den Bock nicht nehmen. Und Rainer. Boots, Digga! Lionel Messi, ich liebe dich! Ich lutschte eigentlich auch mit Trikot von dir! Ankara Messi! Zack, 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 zack! Pats, pats, pats! Einmal durch! Und rein damit! Keeper! Daneben, daneben, daneben! Nicht dein Ernst! Ich wollte ihn weghauen. Ich wollte ihn weghauen. Weiche Sitze! Oh mein Gott! Was soll die Scheiße? Bitte nicht! Bitte, bitte, lieber Gott im Himmel! Es ist nicht dein Ernst! Wofür gibt's den Elber? Guckt auf die Zeits! Digga, was? Es gibt einen Elfmeter für irgendwas, was nicht passiert ist! Nein! Können die dich ernst meinen, bei Vancouver, Kanada? Jetzt halte ich ihn. Confident. Ja! Komm her! Puh, ich kann ihn ja! Ja! Komm her! Und... Bumm! Rainer! Reines Vergnügen! Mohamed Zahler! Grün! Jetzt der entscheidende Elfmeter! Lopez gegen Ilkay Gundogan! Ilkay Gundogan gegen Lopez! Uff! Dämpfer! Ja! Ankara Musi! Wichtiges Ding! Let's go! Wir sind durch mit FIFA! Wichtig! So, jetzt ist hier Feierabend. First Ground, first Win hatten wir gestern auch. Warum nicht heute nochmal? Toyota. Oh nein, es kam wer mit. Wir landen heute. Das kann nicht dein Ernst sein. Bitte kein Stream-Sniper. Richtig! Das ist schon mal ein Good Play, weißt du? Good Play! Oh, ein Rift, Digga. Das ist so okay. Ja, also wenn hier oben jetzt für irgendwer kommt. Weißt du, was wir machen? Hopp! Ja, perfekt. Egal, scheiß drauf. Wird schon passen. Seht ihr das, was ich seh? Ich komm nicht mal an meine HR dran. Also was Dämliches. Mist, ich brauch eh noch ein Wincher, deswegen setzen wir uns jetzt hier ganz genüsslich hin und machen gar nichts mehr. Nichts wird mehr gemacht. Wir warten jetzt, bis die Zeit rum ist. Eine Ewigkeit später. Weißt du jetzt nicht das wahre, das Gameplay, aber auch einfach die Meta. Hm, jetzt wird's knifflig. Ja, natürlich. Zwei Leute noch, praktisch zu besitzen. Freunde, ein Battle Royale spielt mal mit Köpfchen. Was hab ich euch gesagt? Easy win. Und jetzt geht's rein in Fall Guys. Letztes Game. Letzter Win. Schauen wir doch mal, wie Full Guys so gelaufen ist. Digga, okay, cool. Wenn ich's jetzt nicht pack, pack ich's nie. Nein, das kann's nicht sein, bitte nicht. Oh mein Gott. HSX, raus. Sofort raus. Ganz raus aus dem Spiel. Komplett raus. Kann das nicht. Ey Jungs, das war so gut gespielt. Und dann zu fett wieder. 15 Leute sind schon qualifiziert dafür. Ich bin auch zu doof, um uns zu grapischen, bin ich ehrlich. Jetzt einfach nur hier sitzen. Ja, ohne Rände. Super Sache. Einer noch. Und schau. Das ist ein Spiel, was ich sonst immer geschafft habe. Oder ja, okay, raus. Jetzt reizen. Mach mir die Glatze. Keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Oh oh. Scheiße. Jetzt hab ich's hinter mir. Alter, wie seh ich denn aus? Ich seh aus wie ein Fortnite-Skin. Digga, was sind das auch für hässliche Haare. Nur mal so nebenbei. Kopf höher. Der Akku ist leer. Der Akku ist leer. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Guck mal, wie ich aussehe. Albert Einstein. Verdammt, wie's gripst? Seid ehrlich. Digga, ich lass das so. Aha. Jetzt geht's gut. Wie sieht's von hinten aus? Sieht's von hinten besser aus? Dufte? Warum lachen alle? Hinten perfekt. Von rechts? Einmal das Profil checken. Hinten ist perfekt. Erfreut mich. Oh, ich bin durch. Das sieht gut aus. Tja, adios. Was machen wir denn? Will wer die Haare haben? Guck mal, wie schön die ausschauen. Braun-Brüh-Mischung. Da sind noch so viele Haare. Da sind noch überall Haare. Nein, da sind keine mehr. Ich hab's Ding durchgezogen. Auch wenn ich noch nie einer glatze hatte in meinem Leben. Ich hab's Ding durchgezogen. 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 Vielen Dank.